Was nervt? Also ich muss neidisch gestehen, er ist noch hübscher als meiner. Die Angry Birds, das ist echt scharf hier. Einmal mit Impeller. Wohlgemerkt, der Impeller ist hier 3D gedruckt, sehr geil. Mit einem PC-Lüfter, hast du gesagt? Ich hab nichts anderes gehabt. Der gedruckte Lüfter, der hätte ich jetzt nicht ausgehalten. Jetzt sind wir mal hier gespannt auf die Erstflüge. Wer will zuerst? Also der Impeller schleift sich irgendwann noch ein. Der kratzt dann nicht mehr so im Gehäuse. Da das Schwarze hier. Das war die Essling Live-Versuche. Ne, der hat sich... Warte mal, das ist dynamisches Wuchten am Feld. Ist saugeil, ey. Was willst du mit Schaben? Wo sind Schaben drin? Es schabt am Gehäuse. Jetzt versteh ich dich. Es fliegt, es fliegt. Immer noch. Dieter, du bist das Opfer beim Combat, hab ich das Gefühl. Ich glaube eigentlich Sau. Aber was willst du von einem PC-Lüfter erwarten, oder? Wir haben einen Flying-PC-Lüfter-Lidl. 50mm-Lüfter. Der dreht sich von selber ab und richtig hoch. Also wir wollen noch einmal erinnern, es ist ein PC-Lüfter, der hier fliegt. Ich hab das Ausleiten im Flugzeug voll nett gemacht, ne? Mit einem Discounter. Der geht sofort in die Normalfruglage. Also keine Steuerhilfen installiert, gell? Das ist alles sehr aerodynamisch. Das ist ja geil. Also das Geräusch ist geil. Ja. Wollte ich gerade erwähnen. Oh! Hat sie Orientierungsverlust? Macht nix. Und die Weißer vielleicht die Spitzen halten? Also die sind echt mächtig eigenstabil, ne? Da kannst du ja wirklich nichts sagen. Ja, ich hab überlegt, ob ich meine Tragfläche gerade bügeln soll. Aber dann nimmst du ja den Esschlag raus. Ja, erst einmal das. Das ist der natürliche Esschlag, nachdem wir ja da eine Pfeilung machen. Und zweitens... Ja, das war jetzt... Also rechts rum geht's schneller. Du musst doch mal machen, wenn du jetzt da vorbeifliegst. Aber die Querrudausschläge sind zu alt. Rechts rum geht er schneller. Ist das geil. So, ich glaube wir laden alle neue Akkus nach. Ja, würde ich auch. Und machen hier mal einen... ...Staffelflug. 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 Schafspelz. Und gedruckten Gehäuse. Und gedruckten Gehäuse. Ich war bekloppt. Und diese Innovation hier mit einem... Wie nennt man das? Dachleitwerk. Dachleitwerk. Also absolut geil. Aber... Er hat doch ein wenig Angst gehabt. Ja. Weil das zu nah am Schwerpunkt ist. Und hat hier noch einmal... ...so... ...Winglets nach hinten verlängert. Was glaube ich... ...Sinn macht. So haben wir den noch nie erlebt. Dass der... ...wenn er am Rücken ist, sich selber raus dreht. Und so schnell. Ohne dass man irgendwie steuern muss. Die... ...die anderen zwei Horten, die ich hab... ...die machen das beide. Wenn du die auf dem Rücken hast. Ja. Die drehen sich wieder auf... ...auf dem... ...Normalflug. Mhm. Von selber. Geil. Das ist... Das ist schon schön. Aber wenn du da... ...Flying Badewanne hast. Schau. Das ist ja hier wie so ein Kübel. Ja. Genau. Und der muss ja praktisch wie so ein Schirm. Der fliegt ultra eigenständig. Das ist... Also... ...besser als ein Anfängersegel. Das ist saugeil. Aber ich finde die rote Nase... ...die finde ich so schön. Ja, die habe ich voll nur. Sieht man das überhaupt? Das ist fast wie eine Erdbeere. Was ich das gemacht habe? Dass ich den gewuchtet habe? Ich habe schlecht gehabt. Du hast ihn laufen lassen. Ja, genau. Ein Bubbel draufgeklebt. Und dann mit dem Dremel habe ich dann... Den Einwand frei. Saugeil. Ich werde gekloppt, ey. Scheiße. Also jetzt. Super. Zu dritt. Ja. Zu dritt. Sag doch, wenn du so blöd sein machst. Willst du Steinchen durchsaugen oder wie? Oh, das ist blöd. Ja. Da hast du recht, ey. Das ist eigentlich nichts richtig. Das macht du schon wieder. Jetzt kannst du nochmal für die Kamera machen. Oh, das ist da hinten die Steinchen fläst. Ja, das ist ein Staubstau... Nein, ein Laubbläser, ein Steinbläser. Mach ihn nicht am Boden kaputt! Guck mal! Ja! Warum? Es kommt jetzt langsam aufs Höhenruder. Das ist voll wichtig. Ja, das können wir noch da hinten rutschen. Alter. Also schön. Nicht Eddie so mit Schrauben oder so. Das geht ja gar nicht. Das ist wie in einem Bienenstock hier. Boah, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Die Aggos halten ja überhaupt nichts mehr aus. Wo waren noch die Tannenbäume? Ich höre, du zählst! Nein. Drei, zwei, drei! Und eins! Ja! Jaali. 2. 2. Wird du schon da? 3. Ja! 4. 3. 3. 4. 6. 10. 2. 1. 2. 2. 1. Untertitelung des ZDF, 2020